Hallo Freunde, willkommen zurück zu Beyond Bastille Sky. Wir sind in der Link-Matrix drin und ja, da haben wir doch einige schöne Sachen jetzt schon gemacht gehabt. Jetzt können wir mal schauen, ob wir dieses Virus hier... Ah, jetzt. Äh, mit den göttlichen Zornen was machen können. Jetzt, da die Link-Matrix von dem Virus befreit war, hoffte ich in Minos reinzukommen. Ja, schön gemacht. Okay. Dann versuchen wir mal jetzt die Firewall nochmal zu löschen, um nach Minos reinzukommen. Firewall und löschen. Lockere Sicherheitsprotokolle. Firewall-Abschaltung abgeschlossen. Die Firewall war unten. Ich hatte Zugriff auf Minos. Okay, sehr schön. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was wir in Minos finden. Okay. Betritt Minos, ja, das hatten wir schon, unser Ziel. Ist dasselbe geblieben? Ach du Schande. Wie sieht denn das hier aus? Irgendwie fühle ich mich fehl am Platz. Moment, was haben wir da? Konvertier-Echse. Greife auf Archivdaten zu. Unter den Daten, die ich erhalten hatte, war eine Aufzeichnung. Fehler. Biologischer Fremdkörper im Kern. Eindringling entdeckt. Overman-Kammer. Biomatrix-Austausch bestätigt. Fehler, Fehler, Fehler. Lösche Datei. Overman.Gehirn. Lösche Datei. Link-Steuerung.Gehirn. Upload-Datei. Joey.Klasse. Link sollte das sterbende Gehirn meines Vaters durch meins ersetzen. Hätte Joey sich nicht in diesen Stuhl gesetzt, hätte es mich auch erwischt. Ja. Konvertiere in Minos-Daten. Bitte warten. Kompatibles Programm gefunden. Retro-Mode-Boutique. Bestellung aufgegeben. Okay. Kann ich sonst noch was machen damit? Greife auf Archivdaten zu. Unter den Daten, die ich erhalten hatte, war eine Aufzeichnung. Biologischer Fremdkörper im Kern. Ein Dringling entdeckt. Ob wir jetzt, äh, ob da tatsächlich was an Grae Hams Wohnung geschickt worden ist. Neuer Anzug. Fehler, Fehler, Fehler. Lösche Datei. Overman.Gehirn. Ja, ich kann das leider nicht mehr abbrechen. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was Neues, aber ne, da kommt nichts Neues. Link-Steuerung.Gehirn. Upload-Datei. Joey.Klasse. Link sollte das sterbende Gehirn meines Vaters durch meins ersetzen. Hätte Joey sich nicht in diesen Stuhl gesetzt, hätte es mich auch erwischt. Konvertiere in Minos-Daten. Bitte warten. Kompatibles Programm gefunden. Retro-Mode-Boutique. Bestellung aufgegeben. Kann ich da vielleicht... Nein, 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 nein. Nein, doch, den Kern-Log. Aber das ist wahrscheinlich genau das, was er automatisch schon gemacht hat. Ja, das ist automatisch das, was er schon gemacht hat. Ja, gut. Ja, bla 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 bla. Ich kann es leider nicht abbrechen. Aber das muss ich jetzt ausprobieren. Aber das ist genau dasselbe, was wir jetzt schon hatten. Ja, gut. Mehr können wir nicht machen. Dann müssen wir wahrscheinlich zu diesem Navigator.exe gehen. Fehler, 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 Fehler. Ach, padam, 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 padam. Kennen wir schon, kennen wir schon. Lösche Datei. Linksteuerung.gehirn. Upload-Datei. Joey.klasse. Link sollte das sterbende Gehirn meines Vaters durch meins ersetzen. Hätte Joey sich nicht in diesen Stuhl gesetzt, hätte es mich auch erwischt. So. Aber dann will ich jetzt auch drei von neueren Kleider haben. Retro-Mode-Boutique. Bestellung aufgegeben. So, was haben wir denn sonst noch alles hier? Da geht es nicht wirklich weiter. Ich denke, wir müssen definitiv die Navigator.exe benutzen. ID, Datencenter. Sehr schön. Alles klar. Dann schätze ich mal, müssen wir wohl da hingehen. Bin mal gespannt, ob wir da auch wo andere Orte nochmal aufsuchen müssen hier in Minos. Ei, ei, ei. Ach, das ist doch. Die kennen wir doch. Das ist Sicherheitskontrollen KI. Die kennen wir doch. Aber ansonsten kann ich hier nichts weitermachen. Ich muss mit den Sicherheitskontrollen KI reden. Äh, hallo? Guten Abend. Ich bin das Greeter KI-System für diesen Minos-Kanal. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche das ID-Datencenter. Bin ich hier richtig? Das sind sie. Bürgeridentifizierung liegt in meiner Zuständigkeit. Haben Sie ein Problem mit ID-Privilegien? Kannst du auf bestimmte Bürger zugreifen? Ich muss die Programme auf ihren IDs überprüfen. Das ist einfach. Wen möchten Sie überprüfen? Überprüfe Graham Grundy und Elliot Richardson. Rufe ab. Okay. Ausgezeichnet. Können wir die Programme, die hier laufen, löschen? Gar kein Problem. Natürlich ist eine Administrator-Freigabe nötig. Soll ich einen rufen? Nein. Bloß nicht. Schon okay. Administrator abgebrochen. Aber Programme verschieben kann ich? Richtig. Hilfs-KI-Systeme wie Sie dürfen Programme verschieben, aber nicht löschen oder erstellen. Damit kann ich wenigstens arbeiten. Danke, Greta. Immer gerne. Mein Avatar war mit Programmdaten überladen. Die kleineren würden die größeren nicht tragen. Ich musste sie der Größe nach anordnen. Okay, dann schauen wir doch als allererstes mal unser Ding an. Ah. 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 Kann ich da auch drüben noch was hinstellen? Ich brauchte doch eigentlich drei Plätze dann dafür. Oh ja. Also. Also normalerweise bräuchte ich drei Plätze ohne. Sonst würde das ja überhaupt nichts. Die kleineren würden die größeren nicht tragen. Ich musste sie der Größe nach anordnen. Die kleineren würden die größeren nicht tragen. Ich musste sie der Größe nach anordnen. Wie gesagt, ich bräuchte eigentlich drei, um das Ding richtig zu ordnen hier, aber... Ah. Maske nicht hinzufügen. Ah. Da haben wir einen dritten. Okay. Okay. Die kleineren würden die größeren nicht tragen. Ich musste sie der Größe nach anordnen. Aber wie machen wir das jetzt? Machen wir das alles auf unser Ding drauf? Ah. Ganz verstanden habe ich es nicht. Entweder mache ich das jetzt alles auf ihn drauf, so wie wir es jetzt gemacht haben, oder alles auf Elliot, aber wir wollten ja eigentlich die ganzen Dinger wegkriegen. Aber sie zu erstellen und zu löschen, liegt ausserhalb meiner Kompetenz. Erzähl mir was von dir. Ich bin Greta, KI Nummer 96. Ich laufe derzeit auf Interface, allgemeine Reaktionsengine, technische Assistenz. Mein Bürger-ID-Äquivalent ist 5262 62627 2. Du hast eine Bürger-ID? Ja. Ein Bürger-ID-Äquivalent ist erforderlich, um das Minus-Mail-Kommunikationsnetzwerk zu verwenden. Hm. Was machen denn diese Programme? Oh, alles Mögliche. Sie korrigieren fehlerhafte Daten oder markieren sie für andere Ministerien. Die Programme können zwischen betreffenden Bürgern verschoben werden, je nach aktuellem Bedarf. Das Erstellen oder Löschen von Programmen ist allein den Administratoren vorbehalten. Aber wir wollen... Ich hoffe, meine Kur... Ich kann die ganzen Programme jetzt auf Ellie hier drüber machen, aber was bringt uns das? Äh, wir wollen sie ja eigentlich von uns beiden weg haben. Okay, dann machen wir das ihnen mal alles hier rein. Das ist jetzt nur ein bisschen eine Fleiß-Aufgabe. Ich hoffe, das ist dann auch richtig so, wie wir das machen. Äh, eigentlich ist das jetzt falsch, was ich gemacht habe. Nein, natürlich, wir wollen doch beide... Wir wollen... Es ist richtig. Ähm, wir geben die ganzen Programme, die wollen wir ja weg haben von uns beiden. Die geben auf Greta. Dann habe ich das doch richtig gemacht. Datenblog Max.net. Da haben wir es ja. Dann... Eine Maske kommt hier rüber. Da haben wir noch mal den... Ah, Mist. Das wollte ich jetzt nicht. Äh, dann noch mal das hier weg. Da haben wir die Maske. Die kommt noch mal hier her. Jetzt haben wir es. Dann kriegt nämlich Greta das alles. Da haben wir die Maske. So. Ich hatte alle Programme entfernt, die auf Leads und meiner ID liefen. Befehl. Änderungen speichern. Änderungen gespeichert. Ausbreitung auf externe Server starten. So, dann haben wir es. Arme Greta. Hehehe. Die hat jetzt die ganzen Masken und alles Mögliche drauf. Also sagst du, Agile City gibt's gar nicht. Nein, nein. Es existiert schon, aber die ganzen Slogans und Anzeigen voll gelogen. Es wird vom Rad ausgeplündert. Wie eine Pinata beim Kindergeburtstag. Hey, wer wacht denn da auf? Joey. Schau mal, neues Outfit. Aber wie? Der da hat mich repariert. Ja. Ich habe deine Tasche durchsucht, als du geschlafen hast. Ich habe auch mein altes Beil da drin gefunden. Danke. Aber egal, ich habe deinen Fortschritt überwacht, während du da drin warst. Du hast unsere Datenprobleme beseitigt. Also ist meine ID jetzt in Ordnung? Deine ID. Mein Zugang zu Minos. Passt. Du hast doch gesagt, die Link-Matrix ist leer. Da war ein Riesen-Virus. Das Helix-Virus? Das ist noch da? Gut, dass mir das erspart geblieben ist. Neat. Moment, Poppy. Hey, wo ist ihr Stofftier? Psst. Ich habe mir das Stofftier geschnappt, während du in der Link-Matrix warst. Hab es dir in die Handtasche gesteckt, ohne dass sie es merkte. Wirf es in den Müllverbrenner, wenn du gehst. Nichts. Handtasche. Tornister. Ja, er musste das Ding auch loswerden wegen Dings. Kommt Poppy klar, wenn ich weg bin? Nach dem, was du gerade in der Link-Matrix gemacht hast? Ja. Ich habe jedenfalls genug von dieser Stadt. Ich plane schon seit Monaten abzuhauen. In ein paar Stunden verschwinde ich aus dieser Schlangengrube voller falschem Lächeln, Spankles und Geheimnissen. Neat. Und Poppy nehme ich mit. Ich bringe sie zu ihrer Familie im Gap zurück. Hört sich gut an. Wie? Wie? Ich habe herausgefunden, wie ich ihren U-Chip am System vorbeischmuggle. Ein kleiner Geniestreich. Kommt nur auf die Q-Dos an. Du glaubst, die bringen sie durchs Stadttor? Ich arbeite noch dran. Aber wenn ich, wie immer, recht habe, kommt sie damit überall hin. Lächeln. Falls sie fünf Minuten lang still sein kann. Worüber hast du mit Joey geredet, als ich aufgewacht bin? Forster, den solltest du mal hören. Er ist völlig durchgeknallt. Sagt der Droide mit dem Gottkomplex. Wieso komplex? Ich bin ein Gott. Frag ihn mal nach einigen seiner Theorien. Die sind höchst amüsant. Und mit amüsant meine ich natürlich faszinierend und informativ. Okay. Evolutionstheorie. Was hat es damit auf sich? Wo ist da die Kontrollgruppe? Na? Mann. Okay, Verschwörung. Noch mehr Verschwörungstheorien? Magenta kann als Farbe nur existieren, wenn Regenbögen tatsächlich Regenröhren sind. Denk mal drüber nach. Okay. Noch mehr Verschwörungstheorien? Erzähl ihm das mit der Ambitionsministerin. Sie ist vielleicht kein erwiesenermaßen umgekehrter Vampir. Aber hey, man sieht sie immer nur tagsüber in der Öffentlichkeit. Also ein Vampir, wo nur Tanten... Äh, ja. Noch mehr Verschwörungstheorien? Du weißt ja, alle denken, die Erde ist nur eine flache Scheibe. Klar, Tag 1 in der Grundschule. Dann hör dir das mal an. Globus. Boom! Das ist irre. Nein, im Ernst jetzt. Ah, Mann. Die ganze alte Technik macht mich nostalgisch. Haha. Die ist immer noch das Beste. Was? Ich meine, klar, Reboots sind okay. Aber die sind kein Vergleich zum Original. Amen. Ah, schöne Anspielung. Äh, weil das kein Reboot sein soll, sondern eine Fortsetzung. Und ich wusste, dass bei den Verschwörungstheorien ganz am Schluss bestimmt noch der Knaller kommt. Mit der flachen Erde. Ich hab nicht gedacht gehabt, entweder sagt er jetzt, äh, dass er eine Kugel ist. Was sie ja auch ist. Aber sozusagen nach Verschwörungstheorie. Oder dass er sagt, sie steht auf vier Elefanten, die auf einer Weltraumschildkröte stehen. Das hätte ich mir auch noch überlegt gehabt, dass er das vielleicht bringt. Viel Bedarf an alten Roboterteilen herrscht sicher nicht. Hey! Ich lach dich auch nicht aus. Das war keine Kritik. Meine Taschen sind vollgestopft mit Müll. Was hat es mit der Destille hier draußen auf sich? Die Schwarzbrennerei, die gehört Jimmy. Woraus wird der Schwarzgebrannte gemacht? Abgelaufenes Spankles. Klingt gefährlich. Ganz ernsthaft. Dafür braucht man einen Waffenschein. Ho, ho. Meine ID ist jetzt sauber? Keine Blocker? Keine Blocker. Ich hoffe übrigens, du weißt, was du tust. Graham hat seine E-Mails aus gutem Grund versteckt. Die zwei Wochen Fehlzeit kann ich nicht vertuschen. Aber solange du niemand vom Wohlergehen triffst, sollte alles gut gehen. Zum Beispiel Mentor Alonso? Ja. Naja, toll. Der ist ja auch hinter uns her. Ist sonst noch irgendwas an meiner ID problematisch? Nur, dass du einen Kopf größer bist als der Original-Graham Grundy. Übrigens, wie zur Hölle konntest du dir eigentlich seine ID aneignen? Jemand im Gap hat sie durch einen Hack auf meinen U-Chip übertragen. Beeindruckend. Wie lange ist der Typ denn schon Hacker? Nicht so lange, denke ich. Sie ist höchstens 14. Oh. Hast du was von Agio City gesagt? Erinnere mich bloß nicht dran. Agio City war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Was ist passiert? Hast du die Landzüge gesehen? Sie kommen direkt aus Agio City. Oder eher aus seinen Überresten. Was meinst du damit? Wir haben es zerstört. Eine ganze Großstadt zu Schrott gemacht. Und die Menschen in den Gap vertrieben. Das ist furchtbar. Und die Leute in Union City fressen sich an ihren Überresten satt. Und der Rat nennt sie unsere Verbündeten. Also wenn das stimmt, hört sich das schon ziemlich heftig an. Andererseits bin ich mir nicht so sicher, wie gut man ihnen da trauen kann. Viel Glück. Und danke. Ebenfalls. Ich sag nur... Du hast noch gar nicht gesagt, wie du heisst. Foster. Robert Foster. Drohne. Joey Drohne. Ich denke nicht, dass ich euch zwei wiedersehen werde. Nach dem, was ich von Lied erfahren hatte, fragte ich mich, ob Graham eher zu den Guten gehört hatte. Sag ich schon die ganze Zeit. Wendigstens konnte ich mir jetzt, ohne den Datenblocker auf seiner ID, sein Leben genauer anschauen. Hey Foster, wo wollen wir hin? Zurück zu Grahams Wohnung. Auf uns wartet etwas Detektivarbeit. Ich folge dir. Grahams Daten waren freigeschaltet. Ich hoffte, das würde mich voranbringen. Ja, das hoffe ich auch. So, wir haben das bekommen. Bilbi plüscht hier. Ding hat gesagt, wir sollen es zerstören. Ich bin aber nicht sicher. Das ist ja nur ein Tracker. Da können wir eigentlich das auch Songbär zurückgeben. Also vernichten oder zurückgeben? Ich denke, zurückgeben. Weil es bringt ja nichts, das zu vernichten eigentlich, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, dann schauen wir uns noch die Dings an. Was auf der ID draufsteht als nächstes. Und schauen wir an, ob da tatsächlich ein neues Outfit für uns freigeschaltet worden ist. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Bis dahin macht's gut. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.